Michelle Bossart, Noemi Metting van Rien, Zoe Ranzoni, Jocelyn Wendt, Sophie Baumann, Linda Stichert und Kaul Ua Raboubi. Sie ist für die Pace zuständig. So, die ersten 100 Meter in Bahnen gelaufen. Die Athletin de Seah Fribourg schon sehr forsch vorneweg. Das ist immer ein bisschen die Gefahr, wenn man für die Pace verantwortlich ist, dass da ein bisschen zu fest gepusht wird. Sie auch diejenige mit der besten persönlichen Bestleistung aus dem ganzen Feld. 2'12, 32, letztes Jahr schon gelaufen. Und sie geht da zünftig schnell an. Fast 32 Sekunden für die ersten 200 Meter. Das ist natürlich ein wenig zu schnell für das Feld dieser jungen Damen, die alle Bestleistungen im Bereich von 2'15 bis 2'18 haben. Aber jetzt hat sie ein bisschen gewartet. Hoffentlich hat sie nicht überkorrigiert. Und es ist Lili Nägerli, die auf der Aussenbahn nach vorne prescht. Und Wind auf Platz 2. Zweite Runde. 65 Sekunden Durchgangszeit. Raboubi immer noch vorne. Die Pacemakerin Lili Nägerli auf Bahn 2. Schössling-Wendt oder Wind von Vial Athletics auf Platz 3. Ein Klassenunterschied in dieser ersten Serie. 800 Meter der Frauen. Das Tipp hat sie gemacht. Und jetzt ist sie draussen. Etwa 1'23 für die 500 Meter. Lili Nägerli vorne weg. Lili Nägerli, die noch nicht so zufrieden war mit ihrer Saison. Die das Gefühl hat, dass sie eigentlich deutlich schneller laufen könnte. Ist jetzt mit circa 1'37 durch bei 600 Meter. Und sie führt immer noch von Schössling-Wendt. Und auf der dritten Position ist es die amerikanische Athletin. Es ist Kelly Holiday. Die jetzt übersprintet wird. Es ist immer noch Nägerli, die führt. Jetzt 100 Meter. Nägerli ist in front. Nägerli Wind. Und hinten wird gekämpft um den dritten Platz. Nägerli vorne. Und sie schnell unterwegs. Das gibt eine neue persönliche Bestleistung für Lili Nägerli. 2'13.77 in offizielle Siegerzeit. Hervorragender Lauf von Lili Nägerli, die hier das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Die Lücke zur Pacemakering geschlossen hat. Und dann die letzten 300 Meter vorne weg. Also herzliche Gratulation an die junge Athletin vom LC Uster. Und dann die junge Athlete auf den dritten Gesichter. Bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir die Sache geöffnet. Daher noch etwas nach dem dritten Stand. Aber die junge Athletin vom LC Uster. Und dann hier schon wieder das Ton, der hier das Heft des Handelns in die Handelns in die Handelns in das Handelns in der Handelns in der Handelnsin-Nurnecke. Vielen Dank.